Was, wenn Magie wirklich existieren würde? Wenn es Verbindungen zwischen unzähligen Welten und Möglichkeiten gäbe? Wenn es ein Wesen gäbe, das die Kunst des Weltenwanderns und der Magie beherrscht? Was, wenn du sein Schüler werden könntest? Diese Augen, Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Gestatten, ich bin der Marquis, der Marquis de Hotho. Oh, aber sie sind ein... Oryctulagus cuniculus sapiens, du sagst es. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Doch sei auf der Hut. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit könnte zur schrecklichen Bedrohung für alle Portalwelten werden. Bald wird diese Welt geheilt. Keine Sorge mehr um Geld. Um Grund. Um Glück. Um Gesundheit. Ein Abgrund wird sich auftun. Mit dem ersten Versprechen, dass der Kalte bricht. Und das, mein sehr verehrtes Publikum, ist Magie! Ja, 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 ja! Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Duаны Leich nicht. ARD Text im Auftrag des Prats